Das ist, glaube ich, das Größte, was ich überhaupt machen kann in meiner Karriere. Hier in Innsbruck, also zu Hause fast, sagen wir mal, am Stau zu sein. Die ganzen Fans von hier und dass sie mich gut unterstützen und alles. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier sein darf. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier sein darf.